Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von WemWorld. Weiter geht die Reise hier auf unserem Planeten und wir schauen mal, wie es heute weiterläuft. So, erstmal ein bisschen gucken, was wir denn überhaupt zu tun haben heute. Ich bin mir nämlich gerade noch gar nicht so sicher, wo wir denn hier weitermachen. Ja, also wir hatten letztes Mal ja den Angriff hier unten. Hier liegen halt auch noch zwei Typen rum. Genau, das ist jetzt nicht so schön, aber naja. So, gut. Oder auch nicht so gut. Dann müssen wir mal gucken. Also, ich habe einen Plan, glaube ich. Mal gucken. Ja, doch, eigentlich schon. Und zwar, wir hatten ja hier unten schon mal angefangen mit der Automatisierung. Und da würde ich gerne ein bisschen weitermachen, wenn ich ehrlich bin. Da würde ich gerne ein bisschen weitermachen. Wir lösen mal ganz kurz die Werbung. Hier ist ein Mächte in der Reparatur benötigt. Das machen wir doch auch nochmal ganz kurz. So, da liegt auch einer rum. Der ist noch tot. So, okay. Gut. Der wird repariert. Perfekt tot. Genau. Ähm, was wollte ich jetzt eigentlich sagen? Ähm, eigentlich ganz einfach. Also, ich würde gerne, ähm, ja. Uns natürlich gerne erweitern. Ähm, die können jetzt übrigens eigentlich alle weg hier. Ja, die haben hier eigentlich alles an Flüssigkeiten abgesaugt. So, ähm, wir bauen mal ganz kurz hier das Ding hinzu. Oh. Ne. Halt, stopp. Nein. Ähm, warte, 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 warte. Kann ich da den Boden wegreißen? Nein. Hm? Na, vielleicht so. Ähm, ich muss noch rausfinden, wie ich das wegbekomme. So. Da habe ich jetzt. Aha, ja. Jetzt darf ich hier doch bauen. Perfekt. Okay, ähm, genau. Also, ähm. Da sind sie. Ähm, ich plane jetzt gerade tatsächlich so ein bisschen wieder die Erweiterung. So, was machen wir als nächstes? Was machen wir überhaupt? Ähm, müssen wir nochmal größer werden? Ähm, ich glaube schon, dass wir nochmal größer werden müssen. Ähm, das glaube ich schon. Und deswegen würde ich hier tatsächlich nochmal, ich weiß nicht, 20 draufhacken? Ähm, vielleicht sogar 30. Ähm, hier müssen wir mal ein bisschen was abreißen. So, äh, das mal alles weg, das mal alles weg und das dann mal alles weg. Also, dass wir nochmal in alle beide Richtungen 30 hinzupacken. Ähm, wir fangen mit einer Seite an. In dem Fall jetzt hier links. Dass wir beide Seiten nochmal 30 hinzupacken. Ähm, wir treffen uns wieder in der Mitte. Heißt also hier. Und dann sehen wir mal weiter, was wir da machen. So, klack. Genau, da hat ein bisschen was zu tun. Ähm, hatten wir eigentlich, das war ein Bauroboter, ne? Den war als, ja genau, den waren Bilder. Wir sollten uns mal gucken oder, ähm, erkundigen, was ein... Ein Dingswumms kostet. So ein, ähm, 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 wie heißt der denn? Was ist denn hier los? Tam, tam, 13.000, 14.000 Silberringe dafür. Okay, ähm, aber das brauchen wir eigentlich gar nicht. Ich hätte gerne was anderes. Und zwar hätte ich gerne, ähm, ich hätte gerne... Oh, jetzt muss ich gucken. Vier. Tier. Hm. Und zwar, ich hätte gerne... Ja, ein Omni. Oder halt ein, ähm, Transportroboter. Scheiße, jetzt habe ich den Namen wieder vergessen. Äh, Transport, Transport. Äh... Wie schimpft denn der sich? Heuler. Nein, natürlich. So, was kostet der Spaß? Der kostet 10.000. Ich würde den tatsächlich selekten. Und sage, ich gebe euch 11.000. So. Diesmal geben wir auch die richtigen Zahlen ein. Ähm, dass es auch ankommt. So, ähm, genau. Wir haben es gepostet. Wir warten jetzt ein bisschen. Und zwar geht es darum, dass... Dass irgendjemand hier unsere Sachen hin und her verschleppt. Ähm, ja. Genau. Wir könnten das hier über die machen. Das ist schon richtig. Aber... Gleich hier wieder erwecken. Gleich hier wieder erwecken. So, wir gehen mal ganz kurz hier oben an die Maschine dran. Und erwecken die eine Leiche hier wieder. Wie gesagt, wir könnten das über die machen. Aber, ja. Ich weiß nicht. Ich finde die Roboter irgendwie cooler. Viel cooler. Ich weiß nicht warum. Ähm, so. Okay. Äh. Holst du gerade Stahl oder was? Ah ja, okay. Du holst gerade Stahl. Alles gut. Das darfst du natürlich. So. Ähm. Was hier noch fehlt, ist immer noch so eine Forschungsräumchen. Ähm. Da hatten wir letztes Mal schon mal ein bisschen darüber gesprochen. Und ich würde das tatsächlich vielleicht sogar hier hin. bauen. Dass wir das hier zumachen. So. Äh. Granit. Und hier. Tatsächlich eine Forschungsstation reinzimmern. Ja. Hier. Warum ist eigentlich die Luftgitter nach uns? Äh. Egal. So. Wie sieht es eigentlich hier aus? Das funktioniert ganz gut. So. Ja. Viele Bauarbeiten gerade. Viele Bauarbeiten gerade. Dam, 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 di. Es wird immer ein bisschen größer, ne? Es wird immer ein bisschen größer. Aber es muss ja auch größer werden. Ähm. Wir müssen auch langsam mal gucken, was wir mit dem ganzen Giftstoff hier machen. Ähm. Wir haben da so ein bisschen was. so. 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 Dipp, 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 dä, dä. Genau, das ist nämlich zum Beispiel auch eine Sache, die ich gerne wieder haben möchte. Ich würde gerne wieder, dass die automatisch angezogen werden, die Sachen, die hier so droppen. Deswegen baue ich das eigentlich. Oder das ist einer der Hauptgründe. So, wir bauen hier schon mal zwei Türen ein. Und, ne, da müssen wir gleich nochmal überlegen. So, wie lange haben wir das hier gemacht? Bis hier hin. So, das heißt, wir machen das so. Der war zu weit? Ne, der war nicht zu weit. So, der müsste hier dann wieder durchgehen. Ne, der muss nicht durchgehen, der bleibt hier stehen. So, ähm, das sieht doch richtig aus, oder? Ja, okay, perfekt. Genau, also hier kommen wieder, ähm, die Wellen hin. Nur, dass ich die Türen hier diesmal automatisch machen lasse. Genau, äh, das könnten wir eigentlich dann auch so machen. Flug. So. Perfekt. So, die haben dann auf jeden Fall richtig was zu tun. Was wir halt brauchen ist, ähm, ist, ähm, hier sowas. Also irgendjemand, der uns das, das Material hier halt auch von A nach B transportiert. Ähm, das wäre halt cool, ne? Aber wie man sieht, haben halt wirklich ein bisschen was zu tun gerade. Ähm, was haben wir hier? Wir haben ja noch Granit. Wir haben auf jeden Fall noch mehr als genug Granit. Das ist okay. Ah, guck mal, die zwei sind am Lernen. Das ist auch gut. Heißt also, wir können dem nachher relativ viele, ähm, Sachen beibringen, beziehungsweise Merkmale ausgeben. Das ist doch immer was Gutes. So, wir spulen mal ein bisschen schneller vor hier. Das dauert ja alles ein bisschen lange. Ähm, ah, da oben, das haben sie jetzt eigentlich alles abgerissen. Das ist doch schon mal gut. Verrücktes Eich. Was ist denn hier schon wieder? So, jetzt aber. Äh, verrücktes Eichhörnchen. Eichhörnchen. Okay, das ist schon tot. Da brauchen wir uns gar nicht mehr drum kümmern. Da brauchen wir uns ja nicht mehr drum kümmern. So, wie sieht das eigentlich hier drin aus? Scheinbar haben wir mehr als genug Ähm, ja, Mais und so weiter haben wir mehr als genug, sehe ich gerade. Ähm, wir haben, glaube ich, nur ein bisschen wenig Fleisch. Heißt also, wir könnten die eigentlich immer wieder jagen lassen. Ähm, so, lass mal gucken. Wir haben hier Eichhörnchen, Quale und keine Ahnung. Hier haben wir noch eine Schildkröde. die tun wir dann auch mal da mit rein. Oh, was ist denn hier unten passiert? Hä? Hä? So, okay. Alles gut. Nichts passiert. Aber müsste dann hier nicht auch, da habe ich aber auch keinen drin, sehe ich gerade. Okay, das ist interessant. Dann machen wir da mal welche rein. Ähm, so. Apropos, warte mal, da können wir ja die Großen reinmachen, ne? Ähm, so. Und, obwohl, ne, ne. Unsinnig. Wir machen die Kleinen da rein. Hallo. Danke. So. Gut. Gut. Da oben wird gebaut. Ja, wir brauchen tatsächlich wirklich einfach nur jemanden, der das uns verteilt, ne? Das ist, das ist gerade unser größtes Problem. Ähm, ja. Müssen wir gleich mal gucken, wie wir es, wie wir es denn machen. Äh, so, das. Ah, guck mal, da ist doch wieder einer fertig. Darauf habe ich nämlich gerade die ganze Zeit gewartet. Da haben wir nämlich wieder einen, der uns ein bisschen Last hin und her verschippert. So. Wenn ich jetzt mal einer, der hier, der hier arbeitet. Äh. Okay. Wie viele Transportdinger haben wir jetzt eigentlich? Ähm. Ich muss mal ganz kurz hier reingucken. Warte mal, wo waren die denn da, ne? Wir haben drei Lasten, ein Agrar, eine Putzhilfe. Ja, okay, mehr können wir eigentlich auch gar nicht machen. Ähm, wir könnten hier von den Dinger noch ein paar bauen, dass wir uns vielleicht noch mal ein oder zwei Transportdinger bauen könnten. Ähm, hm. Sehe ich mich aber gerade tatsächlich so gar nicht. Sehe ich mich tatsächlich aber gerade so gar nicht. Ich überlege gerade noch. Ich überlege gerade noch. Oh, da ist, haha, jemand hat uns unsere Auf-, unsere Anfrage akzeptiert. Wir müssen jetzt also sieben Tage noch warten und dann haben wir einen guten Transport. Helikopter. Oder so ähnlich. Ach so, ähm, jetzt habe ich das natürlich genauso wieder, ich bin auch wieder doof, ich bin auch wieder doof, ne? Ne, bin ich nicht. Ha. Diesmal bin ich jetzt nicht. Ähm. Wir wollen ja hier, oder ich würde gerne hier, Entschuldigung, einmal genossen. Ähm, ich würde ja gerne hier, ähm, boah, und zwar diesen Hopper wieder hinbauen, der uns so die Sachen aufnimmt. Und, ähm, genau hier würden wir nämlich jetzt eine, 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 ein Versorgungsschacht, würde ich einfach mal sagen, einbauen, der hier so lang geht. So. Ähm, so und so. Äh, genau. Hier machen wir ja auch, ähm, okay, wir machen doch hier die großen Türen hin. Genau, dann haben wir nämlich da ein Versorgungsschacht. Klack, klack. So, und da müssen wir hier auch noch welche rein tun. Natürlich. So. Das und das kann weg. Ähm, genau, der Versorgungsschacht ist dann dafür da, dass die Items, die hier verangelassen werden, und Leichen, und ich hab keine Ahnung, dahin verfrachtet werden, wo sie hin sollen. Ähm, genau. So, dieser blöde Baum, der kann da mal weg. Da hab ich gar keinen Bock drauf. So. Okay, dann haben wir das auch fertig. Äh, es geht halt alles so, so geschmeidig langsam gerade. Ähm, ob das gut ist? Naja, ich weiß nicht. Was wir machen können ist, wir könnten diesen Berg hier schon mal komplett wegreißen. so, dann hat der eine Bauroboter auf jeden Fall ein bisschen was zu tun. Und hier werden wir dann das Labor reinbauen. Dann kann nämlich das hier oben auch so langsam tatsächlich auch versetzt werden. Ähm, ja, und zwar hier runter. So, so. Das kann dann auch schon mal runter. Das auch. Okay. Ähm, so, die Sachen sind schon mal unterwegs. Uh, unterwegs. Das bauen wir hier hin. Ihn bauen wir auch schon mal hier runter. Ich glaube, aber den hatten wir doch sogar noch mal gebaut, ne? Nee, haben wir nicht. Okay, den bauen wir dann gegenüber von da. Dann können die Dringer hier weg. Der noch nicht. Der aber. So, das hier kann auch schon mal alles. Fujikado, Weko. Genau, dann würdet hier immer ein bisschen weniger. Ach, guck mal, ich glaube, er wird hier irgendwas mit Forscher. Ja, der hat ja jetzt schon. Alter Schwede. Das ist gut. Oh, ähm, ihr müsst mir glaube ich sagen, was er, oder hatten wir das schon? Moment. Äh. Ah ne, hatten wir schon. Researching. Okay, alles gut. Er ist halt, er ist halt der Forscher. Er ist halt der Forscher. Ähm. Hä? Automatisches Cooking? Ach, das sind die kleinen. Alles gut, okay. Ich war jetzt kurz am überlegen, hey, was will er denn jetzt von mir? Okay. Ähm. Tuttuttuttuttutt. Was ist das hier? Windenergie fortgeschritten. Windturbine. Hm. EMP-Kanone. Hm. Alles so interessante Sachen, ne? Ähm. So. Bla, bla, bla. Ich bin am überlegen, was wir als nächstes bauen. Oder forschen, besser gesagt. Ich bin noch am überlegen. Smarter Recycler. Ich glaube, ich baue das mal als nächstes. Was gibt es hier? Okay, das bauen wir auch mal. Das bauen wir mal. Weil hier gibt es eine kleine, schöne, schicke Waffe, ähm, die 16 Schaden macht und eine Reichweite von 37. Das hört sich doch auch ganz gut an. Ähm, ne, das bauen wir, oder? Doch, lassen wir das mal mitbauen. Das passt schon. So. Okay. So, haben wir ein paar Bauaufträge parat gemacht. Äh, das, das kann dann auch weg. Was bauen die da eigentlich ab? Uran, okay. Und der ganze Schwung hier kann auch weg. So. Haben wir noch irgendwo was? Hier oben ist klar. Okay. Gut. Also hier machen wir, warum habe ich keinen Strom da hinten? Ist da kein Strom? Liegt dort kein Strom? Maybe? Oh, okay, ich verstehe. Aber hier kommt ja sowieso jetzt was hin, also von daher. Und hier können wir noch eine, eine Wohnung oder einen Raum zum Pennen hinbauen. Das werden wir auch ganz kurz machen. Schlafraum. So. Plapp. Gut. So, dann haben wir das, aus meiner Sicht denke ich, ganz gut geplant und umgesetzt. Ähm, mhm. Wir sollten hin und wieder mal gucken, wenn hier unten jemand rumläuft, dass wir hier zum Trading Hub gehen, ähm, um zu gucken, ob, ähm, irgendwas da ist, was wir verkaufen können. Ähm, es könnte nämlich immer mal sein, dass wir hier wirklich was haben, was wir a, loswerden wollen, würden gerne wollen. Würden gerne wollen. Okay. Ähm, und wir was drin haben. Also es müsste eigentlich so, so ein Ritual sein, so einmal täglich da rein zu gucken. So, okay, da haben sie noch gar nichts gemacht. Aber das ist fein. Das ist okay. Das ist okay. Das ist vollkommen okay. Gut. Und damit waren wir, äh, sind wir auch schon wieder durch. Ähm, ich sage, vielen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen, vielen Dank fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wenn ihr Lust habt. Bis dahin. Tschüss. 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 Tschüss.